Morituri te salutant, Freunde. Äh, te, vos, vos salutant. Also euch, ne? Also hier, ne? Also auch nicht, äh, Moriturus. Also wir sterben ja nicht. Also im Endeffekt ist das ja alles wieder Quatsch. Na gut, äh, willkommen zurück zu... Gravekeeper. Bestimmt. Friedhofsfritze. Friedhofsfritze, FF, das ist einfach auch ein gutes Wort dafür, ne? FF, Friedhofsfritze. Wir kommen zurück zum Spiel mit dem Friedhofsfritzen. Wir sind wieder... Ach, guck mal, sind das Motten oder sind das Glühwürmchen? Das sieht aus wie Glühwürmchen. Ach, die kann ich ja... Ich hätte gerne... Ich hätte sie gerne mitgenommen. Ich hätte ihnen gerne Namen gegeben. Jeden einzigen Glühwürmchen hätte ich Namen gegeben. Schierpie, Zwierpie, Wirpie, Nierpie, Lierpie, Rierpie, Krierpie und, äh, Basultan Hengst. Ach, guck mal an. Ich kann das nicht entfernen. Ich kann das nicht entfernen. Ja, solltest du am besten auch mal nicht. Das ist bestimmt ein bisschen gefährlich. Wenn du da aufmachst, dann... Oh, lolololo. Okay. Äh, dies ist ein Spiel, wo man zielgerichtet Sachen machen muss, die einen weiterbringen. Und ich bin gerade an dem Punkt, wo ich gerade nicht weiß, was ich am besten als nächstes tue. Wir haben eine Menge auf dem Plan. Wir müssen ja theoretisch irgendwie... Fleisch verkaufen. Wir brauchen so ein Siegel. Und wir müssen auch wieder ein Feuerchen machen. Stimmt, wir müssen zu dieser Schlucht, hat er gesagt. Ich finde dieses, ähm, System von Quests hier, ehrlich gesagt, gar nicht mal so gut. Feuerbestattungsort. Ja gut, das ist doch etwas, womit wir arbeiten können. Aber wir können da nichts bauen, weil uns doch etwas fehlt. Ich fälle erstmal in den Baum. Übrigens. Ach, du ahnst es ja nicht. Den muss ich schleppen. Ach, scheiße. Ich habe ja eine Leiche auf dem Tisch. Äh. Er haut dann ja gleich. Ah, Mist. Gib ihm Wein, habe ich nicht. Hol dir doch eine Flasche Wein. Ja, ich würde ja gerne. Aber, erst mal Auto zieren hier. Ja. So. Dankeschön. Nehmen wir die mal. Ich hau die einfach auch in den Fluss, ne? Weil, der Inquisitor. Ich habe gerade den Inquisitor gesehen. Er ist auf dem Weg in der Nähe. Er ist ganz in der Nähe. Auf dem Weg zum Hexenhügel. Oh, es ist halt, er will mich noch umbringen. Oder noch schlimmer. Beruhig dich. Ich werde ihn ablenken. Vielleicht finde ich ja etwas auf diesem Hügel, das mir hilft nach Hause zu kommen. Das mache ich am besten, während ich diese Leiche in der Hand habe. Hm. Ich habe ja jetzt einen Platz. Stimmt. Ich habe ja beim letzten Mal einen Platz für eine Leiche gemacht. Da kann ich den jetzt einfach hinlegen. So. Das ist auch schöner. Guck mal, da gibt es Pluspunkte. Direkt. Und wenn ich das jetzt noch plätte. Zack. Aha. Kann ich einfach einen Grabstein dahin machen? Das muss ja auch ein bisschen schön aussehen. Finde ich. Da muss man einfach auch mal einen schönen Friedhof bauen. Ein Blumenbeet könnte ich machen. Ein Grabstätte. Ach, ich könnte ja noch eine bauen. Ah, ja, das ist so gut. So, eins. Zwei. Das ist auch geil, ne? Ich liebe ja sowas. Dass du... Ne, ich liebe sowas nicht. Ich bin eigentlich ein großer Gegner von sowas. Dass du so... Ähm... Ja, ihr seht das ja jetzt gerade. Ich versuche es jetzt erstmal zu erklären, was ich gerade... Wo ich mich gerade dran stoße. Also guck mal, wir haben ja... Da passen keine drei in eine Reihe. Das wollte ich sagen. Das ist doch viel schöner, wenn da einfach drei in einer Reihe sind. Die königlichen Dienste sind verfügbar, sobald die Kirche wieder geöffnet ist. Ah. Lesen wir mal dieses schwarz-gelbe Schild. Dieser Teil deswegen des Urla alten Fluchs gesperrt. Bei Fragen bitte den Inquisitor kontaktieren. Okay, dann wissen wir ja schon, worüber wir mit dem Inquisitor reden können. Guck mal, wir haben alles schon... Alles schon... Ne? Dann wollen wir mal den großen Befrager hier aufsuchen. Aber vorher möchte ich noch in eine Weizenfarm und dann mit denen mal reden. Glaub ich. Oder müssen wir erst zum Hexenhügel... Scheiße, wie kriegen wir denn eine Leiche? Ey. Wie nicht jetzt? Fahr das Ding woanders hin. Ich kann doch nicht jeden Tag eine Leiche haben. Alles bereit, mein Herr. Gab es Probleme? Nein, mein Herr. Aber das war dieser komische Kauze, der hier rumgeschlüffelt hat. Oh, da ist er. Halt! Juhu! Ja, nur ein Witz. Leute, beruhigt euch. Ich wohne hier auf dem Friedhof. Ihr nehmt das Leute? Das muss wohl wahr, ein Kultist sein, mein Herr. Sag ihnen, dass der Bischof mein Freund ist. Ich bin Friedhofswärter. Ich bin der Friedhofswärter hier. Da können Sie gerne die Dorfbewohner fragen. Müsst du wohl gern neu sein. Ich fühle, dass du die Wahrheit sagst. Möchtest du mich zur Hexenverbrennung begleiten? Ähm... Ähm... Äh... Ja? Es wäre mir eine Ehre. Also, wie bist du zu dieser interessanten Aufgabe gekommen? Äh... Nun... Ja, da ist einfach nichts passiert. Da gibt es auch nichts zu erzählen. Ich bin Friedhofswärter. Wie kommt man zu einem Beruf wie Friedhofswärter? Ich verheimlichst doch irgendwas. Ich werde es schon noch herausfinden. Wenn ich dem sage, dass ich aus einer anderen Welt bin, dann schmeißt er mich gleich mit auf den Haufen. Hier bin ich, der Großinquisitor. Ich schütze den wahren Glauben und die Menschheit. Das ist quasi der Endgegner, ne? Der hat auch schon so Endgegner-Vibes hier. Wir erleben gerade schwere Zeiten in der Stadt. Das Schiff der Toten ist bereits überfüllt und es steckt schon ein neues Schiff am Hafen fest. Dein Friedhof könnte nicht zu einem besseren Zeitpunkt wieder in Betrieb genommen werden. Der Dungelkult wird stärker. Ich kann es fühlen. Rechtschaffender Zorn regt sich in meiner Seele. Wir hatten lange keine Hexen mehr und jetzt verbrennen wir schon die zweite dieses Jahr. Und das ist nur der Anfang. Die Hexe soll brennen. Brenne, entzündetes Feuer. Die Hexe soll brennen. Ja, mein Herr. Lang lebe, der Großinquisitor. Hurra! Hurra, hurra! Also, du hast wohl viel mit Leichen zu tun, nicht wahr? Ja, das gehört quasi zu meiner Arbeit. Und du lebst gleich neben diesem Hügel beim Friedhof, stimmt's? Ja. Interessant, interessant, weißt du, ich brauche hier jemanden im Dorf, einen Freund. Ein Freund von mir ist ein Freund der heiligen Inquisition. Ha, doch, wir sind so verschieden von uns Stadtmenschen. Man kann ihnen einfach nicht trauen. Aber du bist neu hier. Dir können ungewöhnliche Dinge auffallen. Ich bin an dieser Art von Freundschaft eigentlich nicht interessiert. Ich verstehe. Nun, es liegt an dir. Ich hoffe nur um deinetwillen, dass du nicht mein Feind wirst. Du kannst jetzt gehen. Kümmere dich um deine Pflicht. Will ich dich einfach mit auf... Hallo? Liebe Hexe? Oh. Und jetzt, Vorstellung vorbei. Wollen sich noch nicht mal diese Post-Credit-Szene angucken. Oh, sorry. Nicht, jetzt. Es ist traurig. Ich dachte, wir kriegen jetzt heute zwei Kunden, aber was ist? Nix. Schade. Ich dachte, wir hätten jetzt noch ein bisschen mehr Geld gemacht heute. Und sei es, wie es will, ich habe so ein bisschen sogar perfide Freude daran, den Friedhof schön aussehen zu lassen. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen nachvollziehen kann, aber ich habe so ein inneres Bedürfnis, dass das alles schön aussieht. Aber das ist normal. Ästhetik ist einfach auch gut. Ich darf diese Leiche nicht exhumieren? Okay, kann ich das... Kann ich das entfernen? Ach, dann muss ich erst sagen... Warum sollte ich eine wildfremde Leiche hier einfach... Ich weiß nicht, warum ich das tun sollte, aber es ist einfach irgendwie... Ich habe keine Exhumierungserlaubnis, aber das behalten wir mal im Hinterkopf, dass hier was ist. Weil wenn es... Das ist so ein Videospielding. Wenn irgendwo woanders was ist, was man irgendwo mitnehmen kann, und sei es ein toter Körper, dann ist das bestimmt irgendwie wichtig. Aber vielleicht habe ich da auch keine Ahnung und bin einem Trugschluss zum Opfer gefallen. Das weiß ich bisher noch nicht. Was positiv ist, ist, dass wir auf den Hexenhügel kommen. Das ist ja eigentlich auch schon mal nicht schlecht. Und nachts am Hexenhügel einfach mal zu bleiben und zu gucken, was so los ist, ist jetzt nicht unbedingt die schlechteste Idee, finde ich. Vielleicht ist hier ja noch was. Gucken wir mal auf die Karte. Äh, theoretisch geht es da oben links noch weiter, also wenn man der Karte glauben möchte. Ich habe da jetzt gerade keinen Weg gesehen, aber... Naja. Aha. Dies sieht aus wie ein Portal. Ah, okay, jetzt... Jetzt sind wir in der Nacht... Ah, warte mal. Wir behalten das mal im Hinterkopf. Ich gehe jetzt zum Leuchtturm. Weil wir ja am Mondtag theoretisch... Theoretisch mit dem Leuchtturmwärter reden können. Und der Leuchtturmwärter, der kennt sich ja aus, der ist ja ein Freund von diesem Meteorologen, ne? Meteorologen, Geologen, Kosmologen. Ihr wisst, was ich meine. Mit dem Typen, mit dem Fernrohr halt. Der mein... Wie heißt das? Astrologe! Astrologe! Astronom? Astrologe? Hm. Ich weiß nicht. Aber so auf Antonia Lansdorf freue ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht bringt er uns ja weiter. Die haben gesagt, das sei ein junger Kerl. Das macht die Sache ja noch ein bisschen würziger. Vielleicht ist er ja witzig drauf. Okay. Bin ich denn auf dem richtigen Weg noch? Ja. Vollkommen richtig. Die Zeit vergeht für meinen Geschmack ein wenig schnell. Allerdings nichts, worüber man sich ärgern sollte hier an dieser Stelle. So, jetzt weiß ich nämlich nicht, ob ich jetzt richtig laufe. Ich glaube ja. Hier ist der Typ mit dem Honig. Das heißt theoretisch, wenn ich jetzt hier an diesem Busch vorbeikommen sollte, haben wir hier den Leuchtturm. Und ich hoffe mal, dass es noch nicht zu spät ist, weil dann müssen wir sonst eine ganze Woche warten. Das ist ein bisschen doof, finde ich. Ach, du siehst aus, als wärst du wichtig. Hey, sieh! Alter Astrologe. Ja, der ist es doch. Hallo! Bist du der Astrologe? Das war ich mal. Jetzt bin ich nur noch eine vertlorene Seele in deiner verwahrlosten Welt. Ich bin der neue Friedhofswärter und ich brauche deine Hilfe. Jeder braucht irgendwas außer mir. Wissen macht einsam, junger Mann. Du wirst wirklich ziemlich zufrieden. Deine trivialen Bedürfnisse bedeuten mir nichts. Äh, also kannst du mir nicht helfen? Mal sehen, du kümmerst dich um den Friedhof. Ja. Hey, Schnauze. Bring mir eins, Schädel. Das ist verboten, aber wir kümmern schon die Regeln dieser blöden Inquisitoren. Den schwarzhaften Gary? Das ist mein Freund irgendwie. Ich glaube nicht, dass es angemessen wäre. Nein, ich brauche einfach irgendeinen Schädel von irgendeiner Leiche. Ähm. Na gut. Das gestaltet sich jetzt an der Stelle ein bisschen schwierig, weil wir ja relativ weit laufen müssen. Und die Zeit nicht unser Freund ist in diesem Spiel. Denn, sagen wir mal ehrlich, wenn wir wieder hier sind, ist der nächste Tag vielleicht schon angebrochen. Aber glücklicherweise haben wir noch eine Leiche im Flur liegen. In der Hoffnung, dass das jetzt auch geht. Nicht, dass wir ein Rezept dafür finden müssen, für jemanden den Kopf abzutrennen. Weil das ist ja eher so eine Handlung, die jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt viel Vorwissen erfordert. Nimmst einfach einen Riesenbeil und Attacke. Aber ist okay. Vielleicht müssen wir das ja haben. Und wenn ja, wenn wir es haben müssen, dann wird es sowieso noch eine Woche ins Land gehen. Weil ich keine Ahnung habe, wo wir das an der Stelle herkriegen sollen. Sollen wir mal eben mit dem Weizenfritzen reden? Hallo, Weizenboy. Ich bin nicht der Weizenboy. Hallo, die Mühle funktioniert nicht. Tu mir leid. Wenn du irgendwas gemahlen haben willst, musst du in die Stadt gehen. Das ist schade, aber ich habe nichts, was gemahlen werden muss. Ich lebe auf dem Friedhof. Friedhof-Setter, schön dich zu treffen. Ich habe ein paar alte Reserven, die du vielleicht hilfreich finden könntest. Das ist cool. Ah, jetzt können wir da kochen. Das ist ja schon schön. Das macht Spaß. Können wir unseren richtig schönen Leichenburger braten hier. Darauf freuen wir uns so schon die ganze Zeit. Dieser Leichenburger macht einfach echt schmackhaft. Das verstehe ich aber auch nicht. Aber ich finde es irgendwie ganz süß, dass wir die anderen Tiere nicht essen dürfen, aber nur alles, was der Esel uns vor die Tür wirft, ist meiner Meinung nach auch ganz witzig. Aber das bin vielleicht nur ich an der Stelle. Okay, wir haben hier eine 73-prozentige Leiche direkt vor der Haustür liegen. Dann nehmen wir die... Ach, ich habe sie schon wieder angegriffen. Puh, okay. Hoffen wir mal, dass das geht. Autopsie. Na toll, wir können den Kopf nicht abtrennen. Das habe ich ja vorher schon gesagt. Scheiße. Ähm... Gib ihm wein. Wo lernen wir denn jetzt, den Kopf einer Leiche abzutrennen? Einen Tisch reparieren. Habe ich nicht schon da einen Leichenhallentisch? Ich nehme einfach mal das Stück Holz mit. Vielleicht ist das ja irgendwie zielführend. Diese Hobbit-Hülle, die verwirrt mich jedes Mal. So. Legen. Ach, dafür ist es. Das ist cool. Garten, können wir nix machen. Aber hier ist doch bestimmt was möglich. Ja. Wie kriege ich denn so einen Balken hin? Arbeitszimmer. Ist das mein Arbeitszimmer? Ne, das ist... Da kann ich kochen. Ist hier unten mein Arbeitszimmer? Hier stehe. Ne, das ist mein Keller. Och. Das ist alles so kompliziert. Sägen. Blaupause, Sägebock. Herstellen Balken, herstellen Holzscheit. Ja, das wollte ich. Ist eine gute Idee. Äh, ja. Okay. Können wir jetzt machen. Die Frage ist, wo? Das muss man ja erstmal rausfinden und sich dann merken. Hier nicht. Ein Sägebock. Dafür brauchen wir noch ein solches Holzding. Das ist in Ordnung. Das können wir machen. Wir können uns sowieso davon verabschieden, dass wir heute noch den Kopf da abtrennen. Das wird einfach definitiv nicht passieren. Dann wollen wir mal einen Sägebock bauen hier. Tadab. Tadab. Okay. Dafür nehmen wir dann das Stück Holz, packen das drauf und los geht's. Hä? Hä? Wieso muss ich das? Achso, ich muss das noch bauen. Ja, das macht Sinn. Na gut. Dann nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt mal ins Bett. Warten mal, bis wir volle Energie haben. Und dann kannst du hier wieder weitergehen. Ja. Da stand Saving. Ich fühle mich so erfrischt. Gut. Ohne ihn ist es auf dem Friedhof viel netter. Ich bin trotzdem irgendwie traurig. Ich bin hier so einsam. Ich war zu Lebzeiten kein guter Mensch. Ich hätte ein besserer Mensch sein sollen. Was meinst du? Wir sind tot, aber wir verdienen immer noch Respekt. Oh, fein. Ich erkläre es dir. Jede Leiche beherbergt eine Seele, die von ihrem Leben gekennzeichnet ist. Sünden sind rot und gute Taten sind weiß. Wir finden jemanden in der Nachbarzelle. Wir. Wir jemanden in der Nachbarzelle. Wir. Wir auf jeden Fall jemanden in der Nachbarzelle. Und er erzählte uns, dass die Stadt mit einem schrecklichen Flug belegt wurde. Nur eine uralte Abmachung konnte diesen Fluch abwenden. Hat sich das irgendjemand nochmal durchgelesen hier? Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich verstehe, wovon du da redest. Das tust du bestimmt nicht. Kümmer dich lieber gut um den Friedhof. Ich werde dich beobachten. Ich kann nichts machen. Ich bin so traurig. Tutorial. Gräber. Jede Leiche hat zufällige, bestimmte spirituelle Werte. Blabla ist die Summe der Körperteilwerte. Du kannst Blabla ändern, indem du Organe entnimmst und einbalsamierst. Die einzige Möglichkeit, den Ruf deines Friedhofs zu erhöhen, ist Gräber mit Gegenständen, die mehr Lorbeerkränze haben, zu dekorieren. Jede Reihe, die Totenschädel und Lorbeerkränze hat, zählt als ein Lorbeerkranz-Totenschädel. Reihen mit Schrotentotenschädeln zählen nicht. Aber du musst sie mit Lorbeerkränzen füllen, um Totenschädel reinzuhalten. Was? Ja, okay. Das ist ja quasi wie so ein bisschen dieses Bootleg-Tetrist. Das kriege ich schon hin. Aber ich habe jetzt erstmal keinen Bock auf sowas. Wir machen jetzt erstmal hier unseren Hof fertig beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, tschüss.